So, komm da rein. Von den Hunden? Von der Flachwand? Und wenn du dir ein Kind anhängst, dann bleibst du beendet. Sie alle aber, die hier zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Ich muss schnell raus. Marco? Du musst heute nicht arbeiten. Was ist genau passiert? Stefan in der Gemeinde habe ihn da angebrochen. Ich glaube, es wird wieder schlimmer. Glaubst du eigentlich an Bord? Ich glaube schon. Und wieso macht er dich dann gesund? Mhm. Es gibt Orte, wo man so einem schönen Marco helfen kann. Das kann ich nicht. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch. Was ist, wenn man das alles nur träumt? Was ist, wenn man das alles nur träumt? Ich glaube, es ist mir. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Tschüss. Ich kenne mich.